und nein, Nils, fiel dich was. Guru Sprung, he 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 he. Erstmal meinen Stein. Ja. Wir haben übrigens gar nicht zu viel Holz oder so. Ach so, ja, dann ist gut. Ja, so, ich mach halt immer so Mini-Häuser, okay? Ja, ja, deine Mutter auch, deine Mutter auch. Ja, klar. Das heißt, die Frage ist es, ja, das ist hoch genug, glaub ich, ja, glaub ich nämlich auch. Redest du mit dir selber? Das ist ein Zeichen von Behinderter. Nee. Doch. Nein. Das weißt du immer noch nicht. Nein. Das hat dir nie jemand erzählt. Sandy. Nein. Sieh die Wahrheit in den Augen des Zorns. Nee. So. So. Äh, soll ich alles gleiche Häuser machen oder auch verschiedene? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay. An dieser Stelle möchte ich gerne, ähm, sagen, lieber Zuschauer. Lol. Lol, Nils ist weg. What the fuck? Warum ist Nils weg? Ich konzentriere mich nur. Achso, ich wollte, äh, sagen, lieber Zuschauer, ähm, ich hoffe, dir gefällt die liebliche Musik, die im Hintergrund läuft, die leider von dem Rauschen, das Nils verursacht, übertönt wird. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit der Musik. Vielen Dank. Danke. Nein. Jetzt ist es nochmal. Nicht mehr? Nee. Jetzt hast du es. Ach doch. Wow. Okay. Das war peinlich. Das war beinlich. Beinlich, genau. Da liegst du vollkommen richtig. So. Äh, ich konzentriere mich grad nicht endkrass oder so. Hört mal kaum, oder? Ey, was machst denn du? Tolle Häuser. Die sind ja toll aus. Ich hau erst eins. Na, scheiße. Nein. So. Oder. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So. So. Ach Mann. Kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Mann. So, es geht grad bei dir. Junge. Oh, oh, oh. Alter. Oh Mann. Bist du behindert, ey. Bist du behindert, ey. Bist du behindert, ey. Kann es echt sein? Ne. Ich hab das gerade. Oh. Oh, jetzt fängt es wieder an, wa? Jetzt fängt es wieder an. Jetzt fängt es wieder an. Fängt jetzt schon an? Oh Mann. Ja, 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 jetzt fängt es wieder an. So langsam, oder? Ja. So, der erste Stuckholz ist weg. Genau. Genau. So, weg damit. So. Wenn es jetzt schon anfängt mit Mormon. Äh, Sammy, ich würde sagen, aber so lange machen wir nicht mehr, oder? Warte, wie lange haben wir denn schon? Warte, wie lange haben wir denn schon? Ah, wir haben schon halb, äh, äh, halb zwölf. Ja. Und wir haben schon zwei Stunden zehn. Ist gar nicht übertrieben. Ne. Es sind zwanzig, ey, warte, es sind zwölf Folgen. Ja, komm, wir geben Niki nochmal den Schluss. Wir geben Niki nochmal den Schluss. Zwölf Folgen im Vorraum ist toll, super. Ja, lass aber jetzt aufhören, oder? Ja, chill, ich will noch das Rathaus bisschen bauen. Ja. 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 Ja, das sieht aus wie unser Rathaus. So sieht ein Rathaus. So sieht ein Rathaus nämlich aus, ja. Und wenn ihr jetzt sagt, das stimmt nicht, ihr lügt. Ein zu eins Rathaus. Okay, ich baue das anders. Nein, lass das so. Ach so, okay. Alles klar. Schopf, die Watte quillt. Die Watte quillt. Die Watte quillt. Kennst du's nicht? Nein. Von Otto? Nein. Du hast nicht Otto gehört, ne? Deine Mutter auch. So. Aldi, wie's grad bei dir rauschen, ist echt nicht immer normal. Oh, es wird Nacht. So, aber schlafen kurz. Ja, genau, es wird Nacht. Das sagt er. Nein. Merken die das nicht. Nein. Stimmt, die sind zu doof. Genau. Wir hassen unseren Zuschauer eigentlich. Ja. Auf jeden Fall. Deswegen machen wir Videos. Genau. Also, wer's jetzt glaubt, der ist toll. Den mag ich. Den mag ich auch. Du auch? Das heißt, wir müssen ihr lieben. Genau. Die einzig wahre Liebe. Genau. Nee, ist wirklich noch cool. Alter, Sammy, kann sein, dass du voll viele Videos von hast, von uns noch hast, die du nicht veröffentlicht hast. Äh, nur MP2. Äh, und was ist mit der... Ding mit der... Ah, ah, sag. Ah, jetzt war, ich weiß Bescheid. Du weißt, das ist logisch. Ich sag nur TS als Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch hab. Boah, wo hilft es das nicht. Na 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 na. Das halte ich von dir. Äh, du, das habe ich mir auch von dir gedacht. Genau. Bist du Vogelhochzeit kam? Vogelhochzeit? Ein Vogel wollte... Vogel wollte nach Dina! Kennst du das nicht? Also, du kennst Rolf zu Kopfschi nicht. Nein. Nein! Ich war mal auf ein Live-Konzert von dem. Nein! Machst du nicht? Das ist ja gar nicht mehr auf ein Live-Konzert von dem. Kennst du den echt nicht? Ja, klar. Also flamet bitte Sammy, ihr kennt Rolf, Rolf zu Kofsky nicht. Ja, bitte flamen, aber das mal zwei. Flamet Niki gleich noch mit? Genau. Ich bin der einzige Coole. Ja. Mit Brotkrummköpfen? Ja, eigentlich schon, ne? Wir müssen mal wieder mit. Wir brauchen mal wieder wenig Schädel. Mit Brotkrummköpfen. Wir haben keine nach. Wollen wir danach ein B2 aufnehmen? Tralli D. Warum nicht? Nein. Ich muss morgen eigentlich gut aufstehen. Weil die Vogelhochzeit stattfindet. Die Vogelhochzeit? Ach, das finde ich jetzt aber lächerlich. Ne, im Anzug zum Morgen um 7 aufstehen. Ja, das geht auch noch. Das geht total. Na komm, du brauchst nicht viel Schlaf. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass mein Vater neben mir steht. Ach so. Töne. Ja. Also die Häuser sind bezaubernd. Die sind echt bezaubernd, ne? Die sind echt bezaubernd, ne? Aber sie sind individuell. Überleg man halt für alles, was neu ist. Ach, die sind ja toll aus. Ja, das sollen ja so Blockhörsele werden. Ja, auf jeden Fall. WAS? weedi-rutschtchoutchoutchoutchoutchoutchoutchoutchoutchoutchoutchoutchoutch. chincow roh von dem geteilt. Boah, es ist lästig einfach alles wieder abzubauen, ne? Nö. Ne, ist eigentlich normal. Lästig. Meintest du etwa das L-Wort? Genau, das verbotene Wort. Du meinst Leutnant. Leutnant? Ja, das ist das verbotene L-Wort. Oh ja. Das wissen viele nicht, aber Leutnant ist eigentlich ein Schimpfwort. Eigentlich schon, ne? Das Schlimme ist, dass es wirklich auch noch welche glauben. Ja. So. Also wir würden es euch nie belügen. Sagt niemals Leutnant mehr. Das ist echt so meine Fresse, Alter. Mein imaginärer Bruder hat letztens zu seinem Polizisten gesagt. Dein Ernst? Ja, Leutnant. Weißt du, was du vorher sagst? Leutnant. So krass drauf, weißt du. Aber weißt du, der hat auch so mit Drogen zu tun. Ja, okay. Aber muss man eigentlich, weil man so redet. Ja, Alter, Leutnant. Ich hoffe, Böse. Ist echt so. Ich erfolge es in die Straße, wirst du genannt. Freust du dich an, Alter? Ja. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Ach, du wolltest dein Liedchen anstimmen? Ja, aber es ist zu spät. Oh, Junge. Oh, Junge. Jönchen, du bist ein Priester der Natur. Eigentlich schon, ne? Wenn man es eigentlich logisch betrachtet, schon. Ja. Aber da fehlen auch die Kartoffelkehren. Ja. Da stimme ich dir.